Herzlich willkommen zu einem neuen Neumond-Horoskop und zwar heute am 19. Mai treffen Sonne und Mond im Zeichen Stier zusammen und bilden einen Neumond, der wirklich wieder großes Potenzial in sich birgt und große, große Veränderungen in sich trägt. Bitte keine spontanen Veränderungen, sondern Veränderungen, die uns langfristig, denke ich, begleiten werden. Denn dieser Neumond in Stier wird ja auch begleitet, ein bisschen von diesem Jupiter-Ingress in das Zeichen Stier. Und wenn du dich jetzt erinnerst, was sich da jetzt alles im Stierhaus so abspielt, dann ist das schon beeindruckend. Wir haben Uranus im Stier stehen, wir haben momentan auch Merkur im Stier stehen, Jupiter ist gerade ins Stierhaus eingetreten und Sonne und Mond treffen sich im Stier. Also betrachten wir uns dieses Prinzip Stier noch einmal. Das ist die Materie, das ist das eigene Revier, das ist der Körper. Und jetzt stell dir mal vor, du hast in deinem Körper Revolution, du hast in deinem Körper Jupiter, der ein Vergrößerer ist. Das ist wunderbar für Übergewicht. Du hast aber auch in der Materie sozusagen dieses ein bisschen überdrüber, überschwängliche Stehen. Und dieser Jupiter kommt ja aufgeladen aus dem Widder. Und wenn du meine Jahresvorschau geschaut hast für 2023, dann wirst du dich daran erinnern, dass ich da gesagt habe, dieser Jupiter bringt eigentlich womöglich dieses Kriegsgeschehen auch noch einmal in eine heißere Phase rein, weil der so aufgeladen ist. Also das ist dieses Territoriale, dieses Übergrenzen, drüberschießen im wahrsten Sinne des Wortes, wird durch diesen Jupiter-Aspekt begünstigt. Jetzt gilt der Jupiter zwar als Glücksplanet oder als einer, der gut fügt, aber es kann eben auch die Übertreibung sein. Und womöglich erleben wir auch in dieser Zeit wieder durch vielleicht Bankenrettungen oder Gelddrucken oder irgendwelche überbordenden Reformationen, die zuerst ganz gut klingen auf dem Papier, aber nachher dann sich herausstellen, als vielleicht doch nicht so ideal, gerade da ein paar Tendenzen in diesen Bereichen rein. Wie gesagt, also Sonne und Mond sind im Stierhaus, sind in dieser Neumond-Konstellation und das steht ja auch immer für so einen Neubeginn, auch für dich selber persönlich steht das für einen Neubeginn. Und ganz spannend ist, wenn du darauf schaust, der Herrscher des Stierhauses oder die Herrscherin des Stierhauses, die Venus, steht in einem Halbquadrat zu Sonne und zu Mond und hat dann auch noch zu Jupiter ein Quintil. Aber schauen wir uns mal dieses Halbquadrat an. Wo steht denn die Venus? Die Venus steht mitten im Krebshaus und im Krebs heißt es einfach, das ist dein Fühlen, das sind die Gefühle, das kann auch so das Volk sein. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Spannung drinnen von der Venus zu Sonne und Mond. Das bedeutet einfach, dass du dich in deinem Körper womöglich nicht wohlfühlst oder dass du Gefühle in dir trägst, die sich einfach nicht gut anfühlen, dass du unrund läufst, dass du unharmonisch bist, dass du vielleicht irgendwo auch einen gewissen Stress hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, festzustecken. Also das wäre so ein Thema in dieser Zeit, wo man einfach nur rauskommen kann, indem man sagt, okay, schau, dass du aus deinen Emotionen ein bisschen rausgehst. Schau bitte einfach mal, vielleicht auch, dass du deinen Körper bewegst, dass du da ein bisschen aktiver wirst, dass du da ein bisschen mehr Bewegung reinkriegst. Zudem lädt uns auf jeden Fall der Mars ein, der in einem Sextil steht, direkt an der Schwelle vom Krebs zum Löwen, also von diesem, ich fühle alles zum Ausdruck. Und das könnte auch so eine Zeit sein, wo einfach sich eine gewisse Unruhe bildet, eine gewisse Unmut auch bildet, eben im Volk, dass man sagt, da will etwas raus, da merkt man vielleicht einmal, okay, so will ich nicht weitermachen, es soll sich da etwas ändern. Also das kann durchaus sein, dass sich da auch eben so dieser Löwe, also Mars im Löwen, der so an der Schwelle steht, dass da so die Gefühle rauskommen, auch vielleicht ein bisschen streiterisch oftmal. Und da einfach ein bisschen drauf aufpassen, dass du dich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlst. Also schau, wie du da aktiv werden kannst, etwas tun kannst, deinen Körper bewegen kannst, vielleicht Sport machen kannst, um diese Gefühle ein bisschen abzubauen, um ein bisschen aus dieser Negativität auszusteigen. Wir haben mit diesem Jupiter-Ingress in den Stier auch noch eine Konjunktion zusammen mit Merkur. Und Merkur im Stier ist ja auch der Handel, sind ja auch so Verträge, ist ja auch dieses Geschick. Und da würde ich eben auch aufpassen. Also auf der einen Seite kann es sein, dass man da gute Geschäfte machen kann. Aber, und dazu lädt Saturn dann ein, der dann mit einem Sextil mitmischt auf den Merkur hin. Der lädt ein zur Klarheit und der ermahnt auch zur Klarheit. Also Saturn, der große Mahner, möchte eigentlich da auf jeden Fall eine Klarheit reinbringen. Der steht allerdings im Fischehaus etwas verwaschen und geschwächt. Also ich würde einfach noch nicht über ungelegte Eier diskutieren oder irgendwelche Pläne machen, die sich jetzt nicht konkret manifestieren lassen. Also das ist einfach so eine Zeit, wo man sagt, okay, da ist, man fühlt sich unwohl, man möchte vielleicht einen Weg finden, rausfinden aus den ganzen Geschichten. Und dann fängt man an, irgendwie mit Utopien herumzuträumen und sagen, ja, das ist eine gute Idee. Aber letzten Endes verschwendet man nur mehr Energie und ist am Ende des Tages dann frustrierter und enttäuschter als zu Beginn. Ein weiterer sehr, sehr großer Akteur bei diesem Neumond-Horoskop. Also wir haben übrigens auch noch den Neptun im Sextil drauf auf Sonne und Mond. Neptun steht im Fische und Neptun ist auch ein bisschen so dieses Drücken auf die Energie. Da hätten wir noch einmal so dieses, das kann sein, dass du da ein bisschen gedämpfter bist, nicht so ganz viel Kraft hast. Ja, vielleicht auch ein bisschen so Sehnsüchte hast, so Träume vom Meer oder in die Ferne zu reisen, aber nicht wirklich die Kraft oder die Mittel, dass du das dann umsetzen kannst. Also auch das wäre da möglich jetzt vom Astrologischen. Aber ein ganz großer Akteur noch ist der Pluto. Und der Pluto steht ja jetzt gerade noch im Wassermann und ist schon wieder auf dem Weg zurück ins Steinbockzeichen. Und dieser Pluto macht ein Trigon auf Sonne und Mond hin. Pluto ist ja auf der einen Seite dieser große Wandel, dieser große Transformator. Also das ist die Art zu leben, soll sich vielleicht da auch wandeln und soll sich da auch ändern. Und das drückt der Pluto, denke ich, da aus mit diesem Trigon. Befeuert wir Pluto übrigens noch dazu mit einer Opposition zu Mars. Und Pluto Mars ist eine ganz, ganz massive, starke Kraft. Das ist eine, das kann zu Gewalt führen. Das passt für mich auch noch einmal zum Ukraine-Konflikt. Ob da nicht noch mal mehr Eskalation, dass wir das sehen werden jetzt im Laufe Juni rein. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Das ist eben so Mars-Pluto, diese Opposition. Und diese Energie schießt quasi wirklich auf Sonnen, Mond hin. Das kann natürlich auch heißen, dass du da ganz viel Kraft in dir spürst, viel transformative Kraft. Noch einmal die Kraft, Dinge auch zu überdenken, klarer zu werden, strukturierter zu werden, dich selber, deine inneren Bilder auch noch einmal zu transformieren und auch aufzupassen, also wo bist du womöglich besonders wütend, wo bist du besonders geladen. Also schau dir das an, schau dir diese Konstellationen Mars an und auch den Pluto an. Und der Pluto macht noch dazu ein Quadrat zum Jupiter hin. Und Jupiter-Pluto ist so ein bisschen so der falsche Guru, kann man sich das vorstellen, diese Konstellation. Irgendwie falscher Frieden ausgerufen wird. Und da denke ich jetzt eher an die Finanzmärkte, weniger jetzt wirklich konkret an Krieg, sondern da denke ich eher an die Finanzmärkte. So falscher Frieden oder, oder dass da irgendwie etwas, ja wie gesagt, irgendein Wundermittel oder irgendwas daherkommt, den man aber überhaupt nicht trauen sollte und auch nicht trauen kann. Denn so wie die Energie da momentan liegt, ist das alles andere als jetzt zu Ende die Krise der Wandel des Finanzsystems. Natürlich auch noch befeuert über Uranus, der ja mitten im Stierhaus drinnen steht. Genau. Also das sind so mal die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Aspekte in diesem Horoskop drinnen. Ich denke einfach, die Einladung ist klar und realistisch zu denken und zu handeln. Und auch wenn du im Außen wenig Struktur vorfindest, also das ist so eine Zeit, wo Außen wenig Grenzen gesetzt sind, wo Außen alles schwammig ist, wo Außen alles verschwimmt, wo Außen alles exzentrischer wird. Und genau darum geht es dann eben, in dir klar zu sein und auch nicht wütend zu werden oder gegen etwas zu kämpfen, wo du dir denkst, ich kämpfe da jetzt besonders gegen Missstände an oder gegen etwas, das mich da ärgert, sondern schau bitte einfach, dass du bei dir bleibst. Und vor allem ist das auch keine Zeit eben für Aggression, weil das in dieser Konstellation kann Aggression sehr schnell eskalieren, auf Gegenaggression stoßen. Und wir wissen es, das bringt uns natürlich nicht sehr viel, mittel- bis langfristig gedacht. Sich selbst herausfordern, selber klar zu werden, nüchtern zu werden, nüchtern zu bleiben, die innere Struktur zu haben, auch Dinge wie Alkohol oder zu viel Sucht- oder Genussmittel ein bisschen zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit, weil gerade eben der Stier und auch der Jupiter im Stier, der will es natürlich gemütlich haben, der will es schön haben. Und ja, da einfach ein bisschen aufpassen, schon genießen, aber Genuss mit Maß ist da, denke ich, angesagt. Und ja, es sind halt die Zeichen, alle Zeichen immer Boroskope des Wandels. Und auch wenn ich dir so etwas sage mit diesem Potenzial, diesen Risiken, dann erinnere dich bitte immer daran, das Leben geht weiter und das Leben fließt auch weiter. Und man hat vielleicht angespanntere Monate und weniger angespannte Monate. Aber am Ende des Tages bist es immer du, bist es du auch in Beziehung zu deinen Nächsten. Und schau einfach, dass du dich klar und wertvoll und wichtig positionierst. Wertvoll für dich, dass du das Gefühl hast, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich bin ein wertvoller Mensch für andere. Und es ist schön, dass du da bist. Das letzten Endes sollte das Gefühl sein. Und ich hoffe jetzt auch, wenn das Wetter dann hoffentlich mal schöner wird und nicht so weiter geht wie momentan, dass man dann mehr rausgehen kann und mehr genießen kann. Aber sei dir bewusst, es gibt enorme Anspannungen, es gibt enorme Aggressionen immer wieder. Und das eskaliert auch ganz schnell. Und sei kein Teil der Aggression, sei ein Teil der Lösung. Bleib bei dir, bleib klar, bleib friedfertig, nimm dich raus. Und nur weil sich alles zu ärgern scheint oder die Welt verrückt zu werden scheint, heißt es nicht, dass du verrückt werden sollst. Im Gegenteil, das ist die Zeit, wo du ganz nüchtern, ganz klar, ganz selbstbestimmt bei dir bleiben solltest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich natürlich über deinen Kommentar. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Erini. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.